So, komm, jetzt ein schönes Abschluss, das da. Drop hat sich hochbotten lassen, ich hab Angst. 1000 Comments. Oh, scheiße, den check ich mal lieber. Kommt angeblich aus Mailand. Hansa KD, der ist Kielan. Danke, es ist Ruhe. Stop mit, noch einer. Ist B was? Ja. Holfer an B. Mein. Durch 1, 2. Ich sag wieder eine Bob. Bitte down. 3. Geh drauf. Komm alle 3 durch, rechts. Einer hält an. Nice, zusammen rein. Und zusammen einfach rein. Nice, 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 nice. So, nehm ich. So, pass auf. B. Passiert selten, dass Leute B rushen. Also auch jetzt, schade. Ich weiß nicht, wie viele von euch früher CSS gespielt haben, aber in CSS sind die Leute so viel öfter einfach mal B gerusht. Wenn du da eine Double-Nate gezündet hast, war das so krank. Bitte. Ich hoffe, wir in CSS immer sofort 2 B geschickt haben und du hast jede Runde eine Double-Nate-Cutters reingeworfen. Und du hast so oft da Multi-Kills gemacht, weil das so Standard war, B zu rushen irgendwie. Refresh. 2 B raus. Eklat. Oh, oh. Was? Ey, aber mal ganz ehrlich. Wie viel näher muss ich denn noch da rankommen? Ich bin extra reingerusht mit Zeus, weil ich wusste, der ist close. Weil auf die Range, wie ich sonst gezoist hab, ging's nicht. Wie, 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 wie kann das denn so weit weg gewesen sein gerade? Tato. Ja, wie du scheiß P90 verkauft mir die Pisse. Kataston. Hat sich sparen. Top mit Scout. Er hält mich vorne an. Eigentlich. Ja, kurz auf. Katast 2 tot. Ach, ja. Einer hat Susa mit Aave. Und Bombe. Beide tot. Dann sind beide da. Beide da, ja. Susa mit Aave. Aave und Scout. Ey, die splitten beiden. Also einer ist aber kurz durch, der andere war lang in der Haus drin. Ich bin lang hinter denen. Scout und Aave. Wollen wir eine Ace? Zeit, Zeit. Goose, Goose. Die Volt? Nee. Sorry. Fake. Der ist Zweier, Zweier. Heide Zweier. Ja, Mann. Aase. Gut, schöne Runde. Oh, die war echt ein gutes Ace, oder? Alex. B. Auf jeden Fall eine Flash, noch nicht raus. Der war drauf. Ich bin so unfassbar hässlich. Bäh. Bitte raus, mit. Haben wir einen Schuss, nur noch. Oh, mein Gott. Boah, der war aber lecker. Guck mal, jetzt bist du gefickt, weil du kenne ich nicht mehr. Oh, ich kann dafür reloaden. Geil, wie du da R gedrückt hast, ey. Oh, geil. Da hat der mich gefickt. Aufdrücken. Ihr blockt. Ihr blockt. Ja, wir müssen durch. So lang. Natürlich. Noch einer links, close. Links, close. Rechts, 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 rechts. Zwei, rechts, zwei, rechts. Und los. Zorn. Durch deinen Fertschädel, Armin. Eine Haus, Haus, Haus. Was für Haus? Was für Haus? Was ist Haus für ein Call? Langhaus. Sag doch lang und nicht Haus. Was denn für Haus? Haus, lang. Alter, ist das krank. Der Mann hat 2000 Stunden auf das und ein langes Haus. Das ist wirklich krank. Noch einer. Kommt nix noch. Echt. Wetter, Spiele, schnelle Finger. Ja. Ja. Das war nicht so schnell. Okay. Da bin ich ein bisschen eingeschlafen. Was war ich für den Bot? Shot. Ich brauche einen Drop. Ja, du kannst. Oh, ja. Die Orb kann ich mir gleich mit nochmal machen. Irgendwann kratzt ich den Kenny erst da runter. Sind rechts. Einfach so um Leute zu triggern. Hallo, was geht bei dir? Ja. Ja. Der Mann hat 75 Euro ausgegeben für die... Die... Das ist geil. Das war ein gutes Investment. Möchte ich nicht zeigen. Einer Palme. Bitte unten. Oh, scheiße, ja. Mal voll lang. Ach, Mist. Die Wolke eliminiert. Alter, wie ist das krass? Das ist ein Flash. Was? Ja. Da ist es nicht. Einer B drauf. Blau, ne? Der gekurzt hat einen, du musst den haben. Ami, du hast ihn da gar nicht. Ami, du hast ihn da gar nicht. Ich hab ja auch. Der ist One-Shot. Der hat da auch eigentlich, ja. Der hat seinen Namen drauf. Der scheint gar nichts drauf. Oh, lecker. Oh, lecker. Letzt hat noch ein... Eine Bullet Army. Fake. Fake. Angeblich lower haben, du ekelartes Schwein. Müsst du jetzt lower haben. Kevin, wenn du ein Loch reinspringst mit Zeus und in den Hus, 10er Sub-Bomb. Ja, dann halt nicht. Wie, dann nichts lang. Sag mal, erkenne die lang? Lass mal gleich die Frage im Chat einfach. Lang drin. Was ist... Lang kommt vor, lang kommt vor schon Blue. Eine B-Smog. Eine war Tunnel. Maybe B-Execute. Lower noch. Hab ich nachher von... Das ist nur lecker. Noch einer lower. Was ist denn los, Alter? Haben wir dich so Hauptsnap. Hat noch zwei Hits. Kommt Mitte. Lower. Schnell lower. Viel, viel, viel. Oh, scheiße. Einer lang. Einer lang raus. Noch mehr lower. Ach, hat auch ein Ding. Zwei mitte unten. Noch einer. Full Flash. Xbox. Ist eine Xbox. Oh, freck. Lange lower per... Kann Deadlock CS bei dir als Main Game ablösen? Main Game wird, denke ich, immer CS bleiben, Rio. Also, es sei denn, CS stirbt komplett und macht mir keinen Spaß mehr. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass Deadlock ein zweites H1, Z1 oder PUBG wird. Da warte ich eigentlich seit Jahren drauf, dass wir nochmal ein zweites Spiel haben. Was Leute zusätzlich auch gerne gucken, mega Bock macht und hockt. Ich dachte, dass X-Defiant es werden könnte. Problem bei X-Defiant war, dass es im Zusehen sehr langweilig war. Ich glaube, Deadlock bietet da ein bisschen mehr Zuschauerpotenzial, das interessant ist, weil es halt ein MOBA ist. Und ich meine, LOL und so funktioniert halt auch zum Zusehen. Ja, werden wir sehen. Aber Deadlock macht sehr, sehr viel Spaß. Antipalmer. Ich schleiche mit hoch. Ich bin Scout-Kassier, dieses Game-Kollern. Er hält das an. Bist du denn dumm? B, 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 B. B, 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 B. Aber wurde so verunschaltet über die Jahre. Cut das Fall. Du handelst das schon. Short, Armin. Armin. Ich fett. Wisst ihr, warum ich den Frack jetzt nicht gemacht habe, obwohl der Free war? Ich habe gerade Tab gedruckt und habe gesehen, ich stehe 17 zu 9. Und dann sagst du, oh mein Gott, das könnte eine 30er-Runde werden. Das wäre ein kostenloses YouTube-Video. Und dann habe ich die Mitte gehört und hatte Pressure, weil ich wusste, es ist eigentlich ein Free-Frag. Den muss ich jetzt machen. Und wenn ich den mache, kann ich in der Runde vielleicht noch einen oder noch einen holen. Und deswegen habe ich gejoggt. Nicht dummer Bastard. Sondern bis jetzt doch noch eine YouTube-Runde wird, arrogant, Deagle in der Pistole und überlang Backstabben, während die Mails beginnen. Äh, Loch noch. Was? Was, äh, Tunnel? Tunnel. Loch rein. Einer CT. Boah, ich hatte echt Angst als dich gerade. Noch einer vor Loch. Noch einer. Loch rein, noch, noch. Tunnels. Alles. Einer noch vor B. Alles, Tunnels raus. Tür. Ah, drei Sekunden zu spät gegangen. Flash. Die ist perfekt. Nie eine bessere Flash langgegeben. Ich denke. Mitte hoch. Flash. Hab ich stehen? Nein. Hab ich stehen? Ja, es ist ein Weak-Overload. Short. Riesige Gap, dieses Muck. Riesige Gap, der gibt uns beiden. Ja, ne Gap. Ja. CT einer. Einer Short. Ja, kurz. Jetzt, äh, durch Smoke. Jetzt kommt oben. Rampe hoch. Ich bin aber, ich bin aber jetzt confident. Ich hole einen lang. Sehr geil, Donner. Mit Ansagen. Ja, Donner. Oh mein Gott. Der wollte auch, der wollte lower pushen. Der rechts. So, das war's mit der Confidenz. Weg einfach durch, Armin. Du hast meinen Arsch, oder? Ich hab gar nichts, ob ich bin tot. Viel Erfolg dir auf B-Spot. Ich bin durch, Anna. Die hat drei HP, doch, und du bist alleine. Das ist noch ne Galol. Mitte unten. Wo bist du? Oh, ist das der Garten. Letzter auf der Tür. Letzter auf der Tür. Letzter auf der Tür. Loch, 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 loch. Loch head. Auch no scott, Domner. Domner nicht insum, du kannst das nicht. Nur no scott. Let's get attack. Nein, nein, nein. Wo bin denn in die Wand? Oh, attack hit. Nein. Der muss jetzt auf jeden Fall. Was? Das waren zwei Headshots. Ich hätte hack ihn vorher mit Scout sogar. Das ist die letzte Runde, die entscheidet, ob dieses Match auf YouTube kommt oder nicht. Wenn ich jetzt nicht zauber, dann war es das. Dildo, Dildo. Auto, 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 Auto. Das Gold, zieht rum. So und jetzt ultimativer Test. Ich werde lange nicht sprain. Ich gehe jetzt ganz, ganz dreist auf Tabs. Boah, habe ich einen langen Schwanz. Ist das krank, ey. Der steht oben drauf. Warum da Granaten? CT vor Elevator. Mitte hab ich noch komplett. Bitte, zäh. Fakkel, der ist tot. Der ist tot. Na mir, weil du gepiekt hast. Das verdient auch. Der springt hoch und gib mir eins. Ich lag gerade richtig fett, hast du YouTube runter. Sechs Jahre Lowrider auch schon dabei. Danke für die 72 Monate. Das war irre, sag gerade, er hat eine Facelobby gespielt mit einem Loyaldo, Esgradin, Level 10er Mate und einem Random, Alter. WTF. Da wird trainiert, der hat heimlich trainiert, wird er. Ja, aber Gwen wollte heute trainieren, ja. Mit zwei noch, zwei noch. Beide, beide. Coby, lang auch. Ne, ist dumm. Ist doch lang, beide. Lang auch, Alter. Na, ich hab dich gehört. Kante, war Gold. Na, zwei Augen, halt. Hit vielleicht. Kurz vor. Kurz vor, ja. Ich habe gesmoked, sorry. Oh, Mann, war junger Armin. Letzter, letzter mit unten. Zeh dir gesehen. Irgendwas geht hier rein. Seht ihr gesehen, Armin. Bist du bescheuert. Das ist ein geiler Molo. Seht ihr gesehen? Ich glaube schon. Doch, an der decken Kiste. Er ist mit hochgelaufen, oder? Ich dachte, ich habe bei Armin rechts, hätte er an der fetten Kiste gesehen. Also DeepVB. Wird bedeuten, er kommt jetzt short. Tag, Armin. Sehr gut. So, jetzt der ultimative Test. 25 in CS2 sind wie 30 in CSGO. Weil es ja weniger Runden sind. Wenn das jetzt auch noch klappt, dann ist es das. Solo B-Take. Die Flash. Hier hoch. Geil. Wir haben B. Kurz. Kurz slow. So. Letzter lang. Letzter lang. B frei. Ihr Schweine. Kämme wohin mit deinem Game. Rege. Vor Auto. Nice. Abschluss Starster. Geil. So, jetzt doch mal den U-Bring. U-Bring. Ich will mal endlich LEM. Ich habe zwölf Wins in Folge. Nein U-Bring. Kein U-Bring. Wie dann? Ey, wie oft noch? U-Bring wär so verdient, Mann. Früher in Go waren immer die Bottom-Frage Games. Ja U-Bring Games. 13 Eier, Mann. Kein Zubrin. Schweine-Aim. Failing there and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine-Aim. Schweine-Aim.